Warum dieses Gold enttäuscht hat und warum es nicht zuverlässig ist, sind vielen Augen der Anleger. Das werde ich Ihnen in dem Video verraten, aber seien Sie sich gesichert, ich als Edelmetallhändler bin natürlich riesiger Goldfan und ich habe viele Argumente für Sie, meine Damen und Herren, warum diese Aussage nicht stimmt. Wir haben von vielen Zuschauern die Einsendung bekommen, Herr Kettner, ich war sehr enttäuscht, als es den deflationären Schock gab, ist das Edelmetall im Preis mitgefallen, mit den Aktien, mit vielen anderen Assetklassen. Aber was ich an der Stelle sagen muss, ein deflationärer Schock verschont keine Anlageklasse. Und ich glaube, das muss Ihnen auch an der Stelle gesagt sein, Gold ist Krisengeld, Gold ist inflationsfrei, also das heißt, Sie können sich mit Edelmetallen vor der entsprechenden Inflation schützen und Gold ist auch nicht auf Zins aufgebaut, das heißt, Gold ist ein durch die Natur limitierter Rohstoff, der sich nicht vermehren lässt, der mit einer weltweiten Menge von einem Würfel, mit einer Kantenlänge von etwa 21 Metern, also 21 Kubik insgesamt, das ist ein Würfel, der unter den Eiffelturm passen würde, nicht vermehrbar ist. Und genau diese Limitierung macht Gold so interessant. Jetzt zu dem Argument, warum Gold unzuverlässig ist. Gold ist im deflationären Schock kurzfristig mitgefallen, hat er aber innerhalb von wenigen Wochen seinen Preis schon wieder korrigiert und ist jetzt auf dem historischen Höchstniveau, das Gold jemals auf Euro-Basis erreicht hat und wir sehen jetzt alle Grenzen nach oben geöffnet. Deswegen möchte ich denjenigen sagen, dass Gold unzuverlässig ist, warten Sie auf Gold in der Reaktion der Krise. Wir haben hier einen schönen Chart, den wir einblenden werden, der kommt aus dem Buch Masterplan Edelmetalle, das ich gemeinsam mit meinem Vater geschrieben habe. Auf Seite 84 möchten wir einfach mal einblenden. Und zwar zeigen wir hier die Entwicklung von Gold in den Krisenzeiten auf. Gold ist Ende des Goldstandards 1971 von einem Unzenpreis von knapp 30 Dollar pro Unze in der Ölkrise gestiegen. Dann gab es eine Zinserhöhung auf über 17 Prozent in den USA 1980. Da ist der Goldpreis gestiegen. Es gab die Sparkassenkrise in den USA 1986. Da ist der Goldpreis gestiegen. Es ist die Irak-Krise ausgebrochen 1991. Auch da ist der Goldpreis immer als stabiler Schutz und als ansteigender Indikator zu verzeichnen gewesen. Dann hatten wir den neuen Markt 2000. Alles hat auf die New Economy gesetzt. Auch hier ist der Goldpreis gestiegen 2008. Die Lehman-Krise, es wurde immer mehr Geld gedruckt. Die Krise wurde nur vertagt. Und jetzt haben wir die Corona-Krise im Jahr 2020. Und auch hier steigt der Goldpreis. Also was erkennen Sie? Gold enttäuscht definitiv, aber nur in den Zeiten, in denen andere Märkte boomen. Und Gold ist eben nur mal Krisengeld. Gold ist die Absicherung Ihres Portfolios. Und Gold sollte auch der letzte Anker sein, den Sie anfassen, wenn Ihr komplettes Vermögen dahingesiegt ist. Warum kaufen die Reichen, die Superreichen, aber auch die Intelligenten unserer Gesellschaft Gold? Weil Sie eben wissen, dass es ein Produkt ist, das nicht durch Gelddrucken vermehrbar ist, das nicht durch irgendwelche Hebel vermehrbar ist und das nicht durch irgendwelche Wetten manipuliert werden kann. Denn das, was jetzt passiert, dass sich der Buchgoldmarkt, nämlich der Goldmarkt, an dem viele Wettengeschäfte in der COMEX in den USA an der Rohstoffhandelsbörse laufen, und der physische Goldmarkt, nämlich der Goldmarkt, für den Sie bezahlen, wenn Sie eine Unzu-Gold, einen Krügerand oder einen Maple Leaf kaufen, sich komplett voneinander abkoppeln. Und jetzt passiert eines, meine Damen und Herren. Momentan ist der Markt deswegen noch liquide, weil es wenige Händler gibt, die viele große Mengen Gold gehortet haben, unter anderem wir, die jetzt immer wieder ihre Läger öffnen, um stückweise die Ware zu verkaufen. Richtig interessant wird es dann, wenn kein physisches Gold mehr vorhanden ist, weil dann sind diese Wetten, die jetzt laufen, aus charttechnischer Sicht, dass wir vielleicht in 2-3 Jahren 2-3.000 Dollar sehen, lächerlich. Dann werden wir Preise sehen, die sind fünfstellig. Und dann wird Gold nicht mehr enttäuschen und dann wird es diejenigen rächen, die sagen, ich habe doch auf Aktien gesetzt, ich bin in die Bärenfalle gesprungen, als der Aktienmarkt, kurz nachdem es diesen deflationären Rückgang gab, schnell wieder angestiegen ist. Und auch diejenigen, die sagen, ich finanziere Immobilien an der Kante, ich gehe in 100 oder 100 Prozent oder 115 Prozent Finanzierungen und kaufe günstige Immobilien, tilge ganz wenig, zahle einen geringen Zins, lassen wir festschreiben und bin aber irgendwann nicht mehr in der Lage, den Zins und die Tilgung zu bedienen, selbst wenn sie so gering sind, dass es in der normalen Zeit immer möglich gewesen wäre, weil es Mietausfälle gibt und weil es andere Probleme am Markt gibt, die wir jetzt noch nicht absehen können, wie irgendwelche staatlichen Eignungen. Und jetzt, um nochmal die Frage zu stellen, enttäuscht Gold denn? Es gibt immer so ein tolles Argument von vielen Menschen, die sagen, Gold enttäuscht, weil es keine Zinsen abwirft. Aber ich habe es auch in unserem Interview, das werden wir hier mal einblenden werden, mit unserem Chefanalysten, dem Herrn Benjamin Deutsch erklärt, Gold wirft deswegen keine Zinsen ab, weil der Zins das kalkulierte Risiko eines Gläubigers ist. Und wenn es keinen Gläubiger gibt und wenn es kein kalkuliertes Risiko gibt, wenn Gold immer nur der Gegenschwung zur gedruckten Geldmenge ist, das heißt, wenn der Goldpreis steigt, wenn viel Geld gedruckt wird, dann wissen wir auch, dass es keinen Zins zu haben, beziehungsweise dass es keinen Zins gibt, dass das ein riesiger Vorteil ist für Sie als Anleger. Jetzt kommt aber oftmals die Frage her, wenn Gold denn nicht enttäuscht, was Sie sagen, dann hat aber auch Silber extrem enttäuscht. Silber ist ja viel stärker gefallen als Gold. Aber das, was wir schon seit über 10 Jahren erwähnen, auch auf unserem YouTube-Kanal seit über 5 Jahren, Silber ist eben nicht das Krisengeld. Silber ist aus spekulativer Sicht ein industrielles Produkt, das verbraucht wird, die kleine Schwester oder der kleine Bruder des Goldes, das aber mit einem viel größeren Ratio auch ein Aufholpotenzial hat, wenn der Markt sich dahingehend jetzt reguliert, dass die Sachwerte wieder boomen, dass das Sachwert-Zeitalter kommt. Sie sehen es momentan, sind die Rohstoffpreise aus Ölsicht im Keller. Die Goldpreise boomen, der Silberpreis holt wieder auf, aber viele andere Asset-Klassen sind noch im Keller. Wenn dieser Schwung, der Rohstoff-Boom kommt, und davon gehen wir eben die nächsten 10 Jahre ganz stark aus, und es ist keine Anlageempfehlung, es ist unsere persönliche Meinung, was wir an der Stelle erwähnen müssen, dann ist das Zeitalter gekommen, dass keiner mehr von einem enttäuschenden Gold spricht. Im Gegenteil, ich sehe es unter meinen Kunden oder auch unter unseren Zuschauern, die Korken haben geknallt, der Goldpreis auf dem historischen Höchstkurs. Und nein, wir sehen nicht die Chance, dass wir entsprechende kurzfristige Rückgänge sehen. Wir sehen eher wieder stark steigende Tendenzen. Ansonsten, wenn Sie sich weiterhin informieren möchten, hier in diesem Buch, Masterplan Edelmetalle, steckt viel Input. Wir arbeiten derzeit auch an einem weiteren Buch, gemeinsam mit unserem Chefanalysten, dem Herrn Benjamin Deutsch. Wenn Sie jemand wären, der sich für diese Materie interessieren würde, auch für unser neues Buch, geben Sie uns unbedingt einen Daumen hoch. Auch wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, schreiben Sie hier unten mal in die Kommentare, warum Sie Gold-Fan sind oder warum Sie vielleicht kein Gold-Fan sind. Ich bin immer für eine offene Diskussion zu haben und werde auch definitiv kommentieren. In dem Fall, bis zum nächsten Video, machen Sie es gut. Mein Name war Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.